Hallo und herzlich willkommen bei PokeVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon-Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Vorab, heute schauen wir uns einen Money Glitch bei einem japanischen Display an, welches ihr mittlerweile kennen solltet von mir, einfach weil ich so begeistert bin von diesem Display, nämlich geht es um Dreamleague. Ich möchte, bevor wir in dieses Video starten und ich euch erzähle, warum ich denke, dass da irgendwie ein Money Glitch möglich ist, euch um eine Sache bitten. Ganz, ganz wichtig. Ich weiß, ja, ihr könnt hier auch vorskippen, wenn euch das nicht interessiert, aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, von euch Feedback zu erhalten. Habt ihr weiterhin Lust auf Videos zu explizit japanischen Displays? Ich persönlich versuche mich da immer mehr drauf zu fokussieren auf diesem Kanal und euch halt auch viel zu diesem Thema, zu diesem Thema japanische Displays zu bringen. Und ich sehe, ja, also an den Aufrufzahlen her kann ich mir das ableiten, okay, das ist angefragt, beziehungsweise wird nachgefragt oder halt nicht, aber was mir halt das beste Feedback letztendlich gibt, sind Kommentare. Also es wäre wirklich toll, wenn ihr auch nochmal in die Kommentare schreibt, ja, nicht nur ein Like geben, wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach in die Kommentare auch nochmal schreiben. Hey, ja, Manu, du, mich würde das sehr, sehr interessieren, auch weitergehend. Einfach, wenn du weitere Videos zu japanischen Displays machst. Ich schaue mir das gerne an. Gut, starten wir in dieses Video. Also, ihr solltet Dreamleague ja mittlerweile kennen. Falls nicht, schaut euch mal das Video an. Vergessene Sets, Folge 1. Ja, die nächste Folge wird auch noch abgedreht, wird auch sehr, sehr spannend. Ihr könnt euch drauf freuen. Ja, Dreamleague. Dreamleague, das erste Display, beziehungsweise das erste Set. Ja, es ist ein Teil von Cosmic Eclipse. Im Japanischen bildet ein Teil von Cosmic Eclipse das Dreamleague-Display ab. Wir haben das allererste Mal in Pokémon History Character-Rare-Karten und Character-Galleries, wie man sie auch nennt, in diesem Display vereint. Das macht dieses Display meiner Meinung nach so stark. Also, es ist ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal. Und wir haben extrem tolle, schöne Karten drin, mit sehr, sehr beliebten Charakteren und auch Pokémon. So, ich nenne es immer den großen Bruder von VMAX Climax. Ja, ich denke mal, die meisten von euch kennen VMAX Climax, aber ich habe gesehen, beim vergessene Set-Video, viele von euch kannten Dreamleague gar nicht. Ja, also, schaut euch mal dieses Display an. Denn jetzt zeige ich euch, warum ihr es auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Guckt mal hier. Ich bin auf Sneaker-Dank. Eine Seite solltet ihr mittlerweile auch kennen. Ich habe sie schon ein paar Mal vorgestellt. Vergleichbar mit Ebay. Gerade im japanischen Raum sehr, sehr beliebt. Und dort werden tagtäglich Displays verkauft. Schaut euch an. Hier vor 16 Stunden zwei Stücke wurden verkauft. Zu 93.000 Yen und fast 94.000 Yen. Am 11.02. Das ist vor fünf Tagen gewesen. Wurde auch eins verkauft. Dann zwei Tage davor auch noch eins. Dann drei Tage davor auch eins. Dann vier Tage davor auch eins. Ja, sogar an einem Tag sind es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die verkauft wurden zu 100.000 Yen. Und warum ist das jetzt so spannend? Für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, jo, okay, 1.000 Yen sind so und so viel Euro. Das sind 6 Euro, meine ich, so circa 1.000 Yen. Ich checke es nochmal nach. Ja, 6,17 Euro, sagt Google. Also was sind 93.000 Yen? Nehmen wir mal einfach die 93.000. Sind 574 Euro. Okay, merken wir uns. Und dieses Display, auch nochmal ganz, ganz interessant, ist jetzt mittlerweile, ja, fünf Jahre noch nicht, aber viereinhalb Jahre auf jeden Fall schon fast alt. und es ist, es ist sogar, es ist viereinhalb Jahre, nicht nur fast, sondern es ist viereinhalb Jahre schon alt und hat auf jeden Fall schon eine Menge, ja, Entwicklung im Preis hinter sich. Das zeichnet sich natürlich ab. Ja, das sehen wir nicht nur, wenn wir hier auf die Einzelkarten gucken, wie zum Beispiel die Lilly, ähm, die im Waifu-Hype hier sehr, sehr stark nachgefragt war. Äh, jetzt ist sie zurückgekommen. Eine spannende Karte, aber da sage ich in diesem Video nicht so viel zu. Gucken wir mal, wie euer Feedback ist, vielleicht tue ich das dann noch. Spannende Karte, so viel kann ich sagen. Schaut mal hier. Man hat jetzt gerade die Möglichkeit, das Dreamleague-Display für 479 Euro aus Deutschland zu kaufen in OVP-Sealed. Und das ist nicht das einzige Angebot, aber es ist das günstigste auf Kartenmarket. Ähm, auf Ebay kann man es sogar noch günstiger kriegen. Und wir haben 37 verfügbare Artikel. Ja, dieses Display ist nicht so stark momentan nachgefragt. Ganz klar. Wir haben einen starken, also stark im Sinne von hohen Einstiegspreis, den man zahlen muss, um in dieses Display zu investieren. Wir sind auch höher als vor einem Jahr. Definitiv. Aber wir waren schon bei 1000 Euro. Ja, gerade im Waifu-Hype. Das sieht man hier nicht, aber könnt ihr bei Ebay mal nachgucken. Im Waifu-Hype ist dieses Display für so viel Geld verkauft worden. In Japan sogar noch teurer. Gehen wir gleich darauf an. Und bei Kartenmarket hier im durchschnittlichen Verkaufspreis sieht man das auch. Also, dass dieses Display halt mal das Doppelte fast war und für diesen Preis auf Kartenmarket verkauft wurde. So. Klar. Jetzt sind wir wieder zurückgekommen. Ja, weil der Waifu-Hype, ich habe so oft jetzt schon darüber geredet, abgeflacht ist und dementsprechend auch die Preise für dieses Display, ja, einfach weil wir da immer weiter nach unten gerutscht sind. So. Aber, anders als in Japan, wo wir uns dann irgendwo gefangen haben bei einem Preis, der viel höher notiert, ja, ich kann ja mal hier leider nur die letzten drei Monate, kann man sich anschauen, aber wir waren hier beispielsweise vor drei Monaten bei 114.000 Yen. Das sind 14.000 Yen, sagen wir mal, Sekunde, 700 Euro und sind jetzt runtergekommen auf 574. Das ist auch auf jeden Fall ein starker Rückgang. So, aber hier auf Kartenmarket ist es halt nochmal viel deutlicher und geringer. Und das Spannende ist, und da haben wir wieder so eine Situation, wie auch beim 05er, OP05 Display, dass wir selten eigentlich dieses Phänomen sehen, dass ein Display, welches in Japan schon sehr, sehr teuer ist, zu importieren, auf Kartenmarket günstiger ist. Hier haben wir bei Dreamleague allerdings genau das Phänomen und das ist für mich dieser Money Glitch. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir hier gerade extrem starke Preise haben, zu denen wir nicht aus Japan importieren können. Wir sind da wesentlich teurer unterwegs. Also wenn wir 574 Euro für ein Display zahlen, rechnet 25% drauf, mindestens, die wir zahlen mit Zoll und so weiter und so fort, da kommen wir nicht auf 479 Euro. Klar, hier kommen auch noch Versandkosten zu, aber trotzdem. So, und dieses Display an sich ist extrem stark, meiner Meinung nach, weil wir, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr beliebte Charaktere dabei haben. Einmal Lily, die beliebteste weibliche Trainerin im Pokémon-Universum. Dann Erika, auch extrem beliebt. Rosa auch, oder Rosie, aber Rosa, glaube ich, heißt sie im Deutschen, ist es Rosa, ne? Ja, müsste oder sein. Ich bin ein bisschen verwirrt, klärt mich auf. So, die auch die absoluten Chase-Karten in diesem Set sind. Aber wir haben halt auch dieses Alleinstellungsmerkmal, von dem ich gesprochen habe, dass wir diese Charakter-Rares drin haben. Also Charakter, in dem Fall diese Trainer, mit ihren Pokémon im Hintergrund. Das allererste Mal überhaupt in Pokémon History. So, und das kann diesem Set auch nicht weggenommen werden. Und das macht es halt auch gerade langfristig so, so stark. Und schaut mal hier, wir haben auch diese schöne Pikachu-Karte drin mit Red. Super, super schön. Hier auch Acer Roller, auch eine sehr beliebte Trainerin. Und was ich hier auch schön finde ist, abgesehen davon, also von diesen schönen Charakter-Rares, haben wir halt auch theoretisch ja, so diesen kleinen Spekulationsfaktoren, der uns zum Vorteil werden könnte, wenn Waifu-Karten in der Zukunft nochmal doller nachgefragt werden sollten. Dann könnt ihr sicher sein, dass eines der Displays, was sehr, sehr stark davon profitiert, das ist, wo die beliebteste Trainerin drin ist aus dem Pokémon-Universum. Und das ist die Lily und die haben wir hier drin. So. Und das macht das Display so, so spannend, unter anderem, aber halt auch einfach, weil wir in Japan viel teurer unterwegs sind. Und ihr seht ja, wie oft es hier verkauft wird. Klar, in Japan, da ticken die Leute nochmal ein bisschen anders. Man kann nicht einfach sagen, nur weil es in Japan so teuer ist, dann muss es automatisch auch in Deutschland, in Europa gleich der Fall sein. Aber wir haben ja eine sehr starke Ausgangslage, wie ich finde. Und wenn man das Geld frei hat und gerade auch in ältere Displays mal so investieren möchte, so ein bisschen diversifizieren möchte, dann hat man hier eine starke, tolle Chance, wie ich finde. Und ja, mehr will ich eigentlich auch gar nicht zu diesem Thema sagen. Schaut es euch einfach selber an und bildet euch eure eigene Meinung. Ja, sowieso, ich kann es nicht oft genug sagen. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, was sagt ihr zu diesem Display, zu den Karten aus Dreamleague, kann ich jetzt nur nochmal fragen. Und was ist eure Meinung zum Money Glitch in diesem Fall? Ist es einer? Ist es keiner? Was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich von euch zu lesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.